Wollen wir mal gucken, was quasi hier unter diesem Steg lebt und unter diesen Bootshäusern, wo du diesen Wels gesehen hast? Das ist ganz schön tief hier, kann das sein? Boah, da hinten ist was. Da ist, guck mal, da ist eine Reuse, da unten, siehst du das? So, da ist die Oberfläche. Da ist nix. Aber dass hier keine Fische sind, wundert mich hier. Jetzt abkauchen und jetzt wird's spannend. Alter, oh, da sind sie. Siehst du dir bitte die riesige Barsche? Alter, guck dich dich bitte an!